moin moin und herzlich willkommen zurück zu enderal ja ich wollte mich wieder zurück in die richtige welt statt dieser traumwelt zauberung lebensabsorption rang 4 ok ich würde hier aber auch einfach noch mal kurz speichern wollen warte mal das krack oben ok krass der macht mehr schaden oder wird der macht 20 schaden der macht 16 schaden dann bleiben wir hierbei benötigt einen schlüssel gibt sie noch das karakrieger irgendwo so habe ich den skaterburg nicht vorher genommen ganz drückend die ganze zeit Okay, ich mache jetzt gerade Bogen jetzt schon. Ah, verdammt! So, das nehmen wir mit. Die Stahlpfeile auch. Noch eine. Der hat keine Pfeile. Okay. Der hat Pfeile, aber hat keine Pfeile. Achso, und wir müssen eben mal futtern. Erstmal hier entloppen. Ich hoffe, die brennen jetzt. Oder auch dort nicht. Kann ich hier irgendwie irgendwo hin, wo ich bessere Aufsicht zu denen habe? Hier hoch zum Beispiel, ja. Ich muss jabao kreppen. Hier hoch zum Beispiel. Loser. Ich logge ihn mal hier hin. Wir haben wenigstens schon mal einen besseren Bogen. Ich logge ihn mal hier wieder hin. Da bin ich doch verhasen. Ja, jetzt. Jetzt haben wir den. Und, äh, ja, okay. Da war noch irgendwie was. Ich logge ihn mal hier hin. Ich logge ihn mal hier hin. Ich logge ihn mal hier hin. Und weg. So. Ähm. Schnell, schnell, schnell. Äh. Fuck. Mehr habe ich nicht. Verdammt. Ich hoffe, ich überlebe das. Mist. Okay, da lieber nicht hin. So, aber. Käserat gönnen. Ach ne, die da hinten leben jetzt wieder. Oder? Ne, doch nicht. Oder? Doch. Die leben wieder. So, der eine kann brennen. Mist. So. Jeden einen davon werde jetzt zu. So. So. Ich raus. So. So. So, der lebt noch. Und, so. 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 Ja, jetzt, 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 der ist tot. So. Hier hatte ich ja alle schon gelootet, oder? Nein, hatte ich jetzt nicht mehr. So, und so. Vielleicht jetzt nochmal speichern? Das Karak Hexer. Okay, der ist schon auf dem Weg hierher. Also der weiß wahrscheinlich schon, wohin. Jetzt muss ich sagen, wo genau... Ach, da ist er schon. Okay, der ist... Okay, der ist... Ja, super. Aber der trifft mich kaum. Der trifft mich? Ich mach aber sehr schaden. Ja, das war schon alles. Wer habt ihr nicht drauf? Ja, das war schon alles. Wer habt ihr nicht drauf? Ja, gleich hab ich ihn. Ja, jetzt haben wir den auch. So, apropos... Äh, nein. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte... Hier. Hier. Hierhin. Hierhin. Wir haben... Wir haben noch zwei Krankheiten, deswegen würde ich... Den hier mal nehmen und vielleicht nochmal eine Wurst gönnen. Und hier nochmal schauen. Jetzt haben wir keine... Keine Krankheiten mehr. Perfekt. Der Skarak-Hexab. So, das nehmen wir mit. Skarak-Stab. Könnten wir verkaufen. Stab der Erleuchtung. Könnten wir auch verkaufen. Ist auch viel wert. Warte mal. Ein Skarak-Schwert... Der macht nur 20 Schaden. Und ein Skarak-Schwert macht 24 Schaden. Wir brauchen den Schattenstich nicht mehr. Nehmen wir das hier dann. Wenn von denen die Sachen... Mehr Schaden machen und so weiter. Ich hätte gern von denen vielleicht eine schwere Rüstung oder so. Gibt's hier sonst noch was? Guck, guck. Zu denen komme ich ja erstmal so nicht. Vor allem nicht ohne Schlüssel. Gibt's hier sonst noch irgendwas zum mitnehmen? Kann ich auch eben hier kochen? Kochstelle. So. Äh, leider nicht. Da fehlen mir einige Zutaten. Schade. Wäre jetzt so schön gewesen. Benötigt auch einen Schlüssel. Okay. Woher kriegen wir den Schlüssel? Vielleicht da oben? Oder vorne an dem... Äh, ich wollte schon fast Podest sagen. So. Die Skarak-Axt gibt's auch nochmal drei Schaden mehr. Ist das jetzt aber... Einhand oder Zweihand? Wo sind die Skarak-Axt? Dann bleiben wir dabei. Bei dem Ding. Dann hat das Schwert. Wenn der mehr Schaden macht. Die Axt. Okay, der ist ein bisschen verpackt. Der hat noch immer die Pfeile da, obwohl er die nicht hat. Oder nicht haben sollte. lag hier nicht noch einer. Hier. Da. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Ich glaube, den Sprung schaffen könnten wir doch schaffen, aber... Ich mach das einfacher. Okay, überall diese Glyphiumchen. Am Dosier. Set des Pferdenlesers. Geschick des Pferdenlesers. Set der Gefallen. Echo der Gefallenen. Gucken wir uns mal die an. Set der Gefallen. Der macht sogar... Okay, der ist schon mal besser als das, was ich habe. Wir brauchen... Wir brauchen... Aber warte mal. Ist das... Was ist das für eine Rüstung? Leichte? Schwere Rüstung. Ah, okay. Man sieht ein bisschen pyräisch aus. Also vielleicht ist das eine pyräische Rüstung. Fände ich super, wenn wir eine pyräische Rüstung als Set hätten. Wieso komme ich hier jetzt nicht hoch? So, ich wollte schon sagen. Den hatten wir. Hier liegt kein Schlüsselrohr. Dann kann der Schlüssel wirklich nur da drin sein. Und da kommen wir nur über einen Weg. Was ist das? Und wir müssen wieder was futtern. Wir müssen wieder Essen kaufen. Definitiv. Einiges an Essen. Der war hier am Schlafen. Da haben wir den Schlüssel zum Schlafbäumen. Hast du dich schon already caught? Pfeife? Nein. Ah, okay, das war das. So, gibt's hier sonst noch was? Okay, ich glaub, hier war's das. Hier sind wir fertig. Dann können wir ja gehen. Vor allem, ich fand das jetzt mit Skarax richtig nice. Vor allem, hier ein neues Set, das ich gerne behalten würde. Ich muss später mal zuhause gucken, ob wir noch ein paar Sets der Gefallenen haben. Hat sich aber auch gelohnt, hier vorbeizukommen. Wartet, gucken wir draußen an, wenn mehr Licht ist. Achso. So, Skara-Krieger. Hat der auch noch was? Vor allem, von denen war er jetzt, äh, hauptsächlich männlich. Immerhin. Irgendwo müssen wir doch rasten können, oder? Irgendwo müssen wir doch rasten können, oder? Das sind die Schlammgrube. Das sind die Schlammgrube. Sind das wieder Skarax? Ich bin mir nicht sicher, oder? Sind das Banditen? Ja, das sind wieder Skarax. Ikea-Krieger. Ikea-Krieger. Verdammt. Ich ging wieder bis gleich los. So, kommt weg mit dir. So, wo ist der Nächste? Da! Nice! Ja, das war schon alles. So, was hat der? Stahlpfeile. Jetzt brauchen wir wieder die Fackel, um was zu sehen. Wo sind die anderen geblieben? Einer ist hier. Der ist noch hier. So, das nehmen wir mit. Feinstahlhelm. Fyrescherhelm. Runenschlachtaxt. Rostsalz. Malakitbaden. Mondsteinbaden. Runenstreitkolben des Arkanzons. Elementwolf rufen. Morgenlufttrunk fein. Kann ich das hier? Set des Fährtenlasers. Leiter Schritt des Fährtenlasers. Nehme ich auch mal mit. Was? Wieso kann ich das hier nicht benutzen? Ah, den Lachs lass ich mal. Wieso kann ich hier nicht pennen? Okay, die Skarax auf jeden Fall. Äh. Düster Tal. Wo führt das hier hin? Links wollen. Okay. Also sind wir hier durch. In der Höhle. So, wie viel tragen wir? Äh, 319 Kilo schon. Äh. Vermodert. Irgendwann. Okay. Die werden immer Afравствуйте nehmen. Ja. Die werden immer auf зов 말고 in casos Ja. Wie viel gehört? Neh. Es ist es nicht so, wie Katyります. Die werden echt immer ruhiger hier. Yo. So. Das nehmen wir mit. Ach, hier waren jede Menge Pfeile. Äh, Pfeile fallen. Ich würde sagen, das speichere ich jetzt einmal. Ich müsste mal zusehen, dass ich jetzt irgendwie... Alte Wassermühle... Irgendwie irgendwo hinkomme, wo ich mal nächtigen kann. Oder irgendwie wieder nach Hause komme. Das A. Okay, dachte schon. Warte mal. Ach, noch mehr von denen. Nein. Hier sind echt zu viele von denen verloren. Ja, genau. Du bist hier. Ach, noch mal. Na irgendwo? Was? Abreden der Wanderer? Wer ist denn das denn jetzt? Alter renn, renn, renn! Wer ist das? Jetzt kommen wir nicht mehr hoch, oder? Ah, wir liegen der Wanderer. Ok. Ich hoffe, der verliert mich jetzt erstmal wieder. Bis ich erstmal genug Leben habe. Nein, der muss jetzt erstmal wieder herkommen. Ich glaube, das macht hier besser. Wasser. Ich glaube, das macht hier besser. Okay. Okay, der haut ab. Ich sehe nicht. Ich habe gerade Glück gegen ihn zu kämpfen. Oh. Oh. Vor allem jetzt, gerade mit unserer Lebensanzeige. Mit so viel Leben, was wir jetzt gerade haben. Zwei Schläge und diesen Down. Nein! Der ging daneben. Das ist aber gerade super, wie wir auf der Hin und Her rennen. Ah, das war jetzt weniger gut. Der war zu hoch. Okay, jetzt aber. Vor allem, wo kommt der her? Der kam einfach aus dem Nichts. Ah, komm. Ich dachte, boom. Jetzt, 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 jetzt. Äh, ähm. Was ist das? Das ist kein Wehrwolf. Jo, wie schnell ist der? Ach, du Scheiße. Alter. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen laut bin. Nur ein bisschen Brülle. Aber was ist das? Ich glaube, hier werde ich einmal speichern, dass ich dann den vielleicht noch bekämpfen kann. Geht der einfach zu so einem Werbären hier. Das war jetzt. Ihr seid im端st zu schützen. Ich weiß nicht. Oh, das ist das? Ja. Wir haben uns gebt. Ja. 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 Jetzt kommt er nochmal zurück. Also im Nachhinein werde ich den nicht bekämpfen, definitiv. Könnt ihr vergessen. Nein. Nein. Spreak, spreak, spreak. Wieviel hält der auch aus? Nicht, dass er gleich noch eine Form annimmt oder so. Ich habe ihn gleich. Noch ein paar Schuss. Jetzt holt er ab. Und regeneriert sich. Okay. Vielleicht speichert das noch einmal. Das geht's doch nicht. Die Schlampe war doch irgendwas da. So, jetzt. Jetzt. Jetzt startet Büd und Legenden. Avedin da Bandara. Aeterna Schlachtarzt. Alte Vagabundenkapuze. Vagabundenstiefel. Avedils Herz. Nehme ich mal mit. So. Äh. Jetzt gönnen wir uns definitiv eine Brezel. Alter. War das eine Schlacht wirklich im Kampf. Äh. Alle mythischen Kreaturen auf Endral finden und besiegen. Ein von fünf. Auf meinen Reisen stieß ich auf die Bücherei des alten Endralenischen Erzmagisters Gawain Gratu. Bin ich das? Darin führt er Legenden über Kreaturen auf, die das Land seit geraumer Zeit bestreifen. Wer weiß, vielleicht hat die ein oder andere ja einen wahren Kern. Arveldin und äh, den Wanderer finden und bezwingen. Ja, okay. Äh. Erstmal das Buch finden. Wovon die Rede ist. Und dann. Dann vielleicht, äh. Den Legenden auf das Buch. Gehen. Vor allem wo habe ich den? Hier. Zwischen Flüsterwald und Düsterwald. An dem. An dem. See. War der auf einmal. Hat mich einfach aus dem Nichts angegriffen. Leichter Rüstung Geselle. Die Windwurz. So. Die Eisbranke nehmen wir mit. Der hat aber echt viele Pfeile gepresst. Achso. Ich dachte, das wäre jetzt. Gibt es hier sonst noch was? Äh. Silberstahl durch. Silberstahl. Schwert. Oh. Nice. Okay, jetzt müssen wir eben einen Weg wieder nach Hause finden, würde ich sagen. nach A. Nach A. Wo kommst du denn her? So, was ist das da? Nie ein Stock. Guck. Ja. Erstmal wieder nach Hause. Oder gucken was das da ist. Oh. Hier sind wir. Bei irgendwelchen. happens. Come. Move. Uh! Ah! Ich war entspricht. So, das trinken wir auf, ok. Komplett ist Magie, wenn's. So, Groschen, nehmen wir mit. Das Leben ist Torgen, Wiesmerzunge, Band 3. Was? Gegordene Ziemelch. Stahlpfeile. Wir suchen, tippen. Hier ist nur ein Schaufel, ok. Alter Rumpfeil. Okay, was ist mit denen passiert? Oder waren wir das irgendwann mal? Jetzt nach Osten, würde ich sagen. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht irgendwie wieder mal überrannt von denen, überrascht. Aber vielleicht können wir jetzt auch... Was ist das hier? Ich glaube, das Schloss Goldblut mal endlich erledigen. Da waren wir ja sehr lange gar nicht. Ach, Myranten. Ach, und hier, sichere Trüe. Ähm. Ähm. So. Ich packe dann alles mal da rein. Also, ich packe dann alles mal da rein. Ich packe dann alles mal hin und kann mich coalieren. Ich packe das genau da rein. Vielleicht kann ich das eigentlich noch da rein. Was sein soll ich da rein? Ich packe dann alles mal runter. Ich packe dann alles mal bei mir. Dämonenherz, pack ich auch mal da rein, Leersalze, Menschenfleisch und menschliche Herzen, die Bücher, Seelenstein, pack ich auch mal da rein, und die Baupläne, Dämmerblumensaft, ist ein Questobjekt, behalte ich erstmal, so, müsste glaube ich passen, für diese Namen, dann können wir doch nochmal da rein, oder wir gehen in der nächsten Folge wieder da rein, und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, ich bin's, ImaxDeos, und ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.